Ja, erster Kämpfer, Willian Hanag, Spitzname The Duck, also die Ente, und hat eine Zeitlang bei Shandanaher in den USA trainiert und seine Liebe zum BJJ in der Schulzeit entdeckt und auch im Abschlussjahr nur noch BJJ-Videos am Laptop geschaut. Das kommt mir bekannt vor, ja, BJJ-Nerds. Da kannst du dich wahrscheinlich gut identifizieren damit. Ja, und sein erster Kampfsport, ganz interessant, war Kung-Fu, ja, und wir sind natürlich gespannt, ob wir da heute irgendwas Spezielles zu sehen bekommen davon, und Milan ist ebenso ein Trainingspartner von Michael Risch, dessen Fight ja leider kurzfristig abgesagt worden ist. Ja, sein Gegner ist, glaube ich, ausgefallen, aber ich bin mehr gespannt auf, was er bei John Denhaar gelernt hat, sein legendärer Coach in der BJJ-Szene, einer der legendärsten wahrscheinlich selber großgeworden unter Hanzo Bracey in New York, dort hat er begonnen zu trainieren. Ähm, ja, und jetzt ist er mit seinem Team New Wave in Austin, Texas, und Milan war dort einige Zeit und hat dort mit den Besten der Welt trainiert. Bin sehr gespannt zu sehen, ob er den Kampf auf den Brunnen bringt, wo er Shiu-Shitze zeigt heute. Genau. Milan eben vom Hero-Chim Feng Bao und sein Gegner Ebon Mohamed von der Champions Factory, kommt ursprünglich aus Bangladesch, und trainiert mit sehr starken Leuten in der Champions Factory, und mir wurde gesagt, ein sehr, sehr, sehr respektvoller junger Fighter, und der ist für die Gegner von Milan eingesprungen. Beide Kämpfer im Cage. Genau. Führen wir noch kurz die Infos zu den beiden. Da haben wir sie, Milan Hanak, The Duck, 18 Jahre jung, 1,76 groß. Style Kung Fu. Ich hoffe, es ist mehr als nur Kung Fu, aber wir werden sehen. Ewan Mohamed, 19 Jahre und 1,70 groß im Style vom Graveling. Und wir bedanken uns wieder bei zwei unserer Sponsoren, Prime Law, Recht für hohe Ansprüche. Prime Law bietet umfassende Rechtsberatung, die durch erstklassig persönlichen Service gekennzeichnet ist. Mehr Infos gibt es unter primelaw.at und auch bei Miller Media GmbH. Das ist unser Partner im Bereich Video und Streaming. Und mehr Infos findet ihr unter miller-media.at. So, los geht's. Letzter Kampf vor der ersten Halbzeit. Kampf Nummer 6 insgesamt. Danach sind dann noch sechs weitere Kämpfe im MMS-Teil. Als erstes hat er schon mal gesessen. Ja, und wenn du schon so viel erzählt hast von John Danaher, kannst du es gleich vielleicht, solltest du etwas sehen, was für ihn so typisch ist, dann gleich dazu sagen. Natürlich, natürlich. John Danaher war lange Zeit ein Geheimtipp in der Szene. Er war auch lange Zeit der Coach von George St. Pierre, selbst auch ein legendärer MMA-Kämpfer. Und dann später hat er begonnen mit dem Den-Herr-Death-Squad, genau. Das war dann die Grappling-Phase. Wo er Gordon Ryan und Gary Tonin zu einem höchsten Elite-Level gecoacht hat. Ja, und jetzt hätte weniger. Kennt ihn jeder. Jeder will bei ihm lernen. Aber bis jetzt sehe ich nicht wirklich irgendwelche Versuche ins Grappling überzugehen von beiden Kämpfern. Beide noch sehr auf Distanz. Ja, beide auf Distanz. Beide eher vorsichtig. Ja, sind zufrieden damit, im Stand-Up zu kämpfen. Ja. Hier waren dann noch ein schöner Treffer zum Kopf. Ja. Nun kommen Sie in der Liebe. Ja. Auf Wiedersehen. Ja Schaffte sie da aufzustehen. Es wirkt, dass Ebon mit jedem Abtausch ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommt. Mieler noch eher zögerlich. Schwerer Treffer zum Körper von Ebon. Und zum Kopf. Und das war schon die erste Runde. Es wirkt, als ob Mieler noch nicht ganz seinen Rhythmus gefunden hat. Er ist noch ein bisschen zögerlich. Ebon hat von Minute zu Minute mehr Selbstvertrauen bekommen. Der Double-Lag hat ihm noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Er hat dann gesehen, er ist immer mehr weiter nach vorne gegangen. Er ist immer mehr initiiert. Und Milan muss vielleicht versuchen, jetzt ein bisschen den nächsten Gang einzulegen. Wenn er die nächste Runde gewinnen will. Interessanterweise noch kein einziger Versuch, ins Grappling, ins Takedowns überzugehen. Von Milans Seite. Mal sehen, wie das ändert die nächste Runde. Und Runde 2. Schauen wir, ob Milan ein bisschen die Dynamik ändern kann. Milan versucht, ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Ein bisschen aggressiver zu werden. Schöne Loke gefangen. Schlag hat da schon Kierbeck. Er wirkt immer ruhiger mit jeder Minute. Ebon ist ein kurzrichtiger Satz für den eigentlichen Gegner von Milan, soweit ich weiß. Genau, er ist eingesprungen eben für den Gegner von Milan. Ja, auch Respekt. Es ist immer eine schwierige Situation, wenn man kurzfristig zum solchen Kampf zusagt. Er ist schon vorbei mittlerweile. Sehr gute Arbeit bis jetzt. Ich würde sagen, der Vorteil liegt bei Ebon. Milan attackiert ein bisschen mehr als in der ersten Runde, aber ich habe das Gefühl, seine Attacken greifen nicht ganz ineinander. Nicht wie bei Ebon. Der hat dann in der ersten Runde auch wieder einen Takedown im Anschluss gepunktet. Bis jetzt, würde ich sagen, ist noch relativ ausgeglichen, die zweite Runde. Vielleicht ein leichter Vorteil für Ebon. Ich würde sagen, er hat schon mehr Treffer gelandet. War interessant. Beide haben ja Steel Grappling. Oder zumindest Ebon. Aber es ist ein sehr Stand-Up-Plastiker-Kampf bis jetzt. Schöne Oberhand-Rights von Ebon. Ja, die zweite Minute auch schon um. Also bisher hat sich noch nicht wirklich viel geändert von dem, was bisher passiert ist. Und zwar, dass Ebon den Kampf immer besser dominiert eigentlich. Ja, wie gesagt, mit jeder Minute kommt er immer mehr in seinen Rhythmus, in seine Distanz. Und Milan bestraft den Effekt dafür, dass er, wenn er näher kommt, er hätte vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit. Ja, war gut auch geblockt. Ja. Ja. Und dann wieder die Oberhand. Milan versucht zumindest ein bisschen mehr Aggression zu zeigen. Ja, 2.45 Uhr um. Aber man merkt bei Ebon wirklich so richtig dieses Stick-to-the-Game-Plan. Ja, Stick-to-the-Game-Plan. Der macht nicht mehr, als er machen muss. Und das, was er macht, macht er gut. Ja, ja. Genau, drei Minuten sind um. Drei Minuten sind um. Ich würde sagen, sehr ähnlich der ersten Runde. Milan hat sich bemüht, ein bisschen mehr zu zeigen. Aber ich denke, Ebon hat nach wie vor klar die besseren Treffer gelandet. Ja, man sieht es auch schon im Gesicht, hat er deutlich mehr einstecken müssen. Wirkt auch nicht mehr ganz so fit wie zu Beginn. Schaut schon ein wenig. Ja, wie kann man das nicht ausdrücken? Ich weiß es nicht. Er schöpft, ja. Ja, und vielleicht ist es auch psychologisch, weil er spürt, dass die ersten zwei Runden nicht ganz nach Wunsch verlaufen sind. Ja, und vor allem, ich glaube, er hat auch wirklich nichts reingefunden. Also es war wirklich eher genau das Gegenteil, dass Milan immer weniger in den Kampf gefunden hat und Ebon immer besser hineingefunden hat. Ich habe das Gefühl, in der zweiten Runde hat er das Feedback bekommen, du musst ein bisschen aktiver werden, du musst ein bisschen mehr versuchen, Kombinationen zu landen. Aber wie gesagt, Ebon hat es einfach besser in seinen Gamebein gefunden bis jetzt. Aber ja, es gibt ja noch eine dritte Runde. Eine dritte Runde. Vielleicht mit einem Taktikwechsel. Ist noch alles drinnen. So, Zeit läuft. Drei Minuten. Letzten drei Minuten. Mal schauen, ob der Milan vielleicht noch was umdrehen kann. Ich hätte gerne ein bisschen Rapping von ihm gesehen. Ich bin neugierig, was er gelernt hat, dass du das gerne sehen würdest. Welche geheime Tricks gelernt hat von deinerer. Ja, er kommt nicht dazu, gell? Er kommt nicht wirklich zu Ebon, lässt ihn da nicht wirklich, er gibt ihm da kein Spielraum mehr. Er fokussiert sich auf den Stand-Up, aber ja, ich habe keinen Versuch gesehen für Single-Lag-Double-Lag-Clinch. Ebon allerdings hat keine Angst vor der Rapping-Klisch. Ja, der macht jetzt seine Arbeit auch in diesem Bereich gut. Bis jetzt, schauen wir, was jetzt passiert. Und dann versucht er wieder aufzustehen, bis unten zu spielen. Ja, schöner Butterfly-Hook. Butterfly-Sieg-Versuch, aber seine Hüfte war nicht ganz in Position. Jetzt hätte er vielleicht wieder eine Chance, wenn er ein bisschen heben kann. Erste Minute Malone. Versuch, eine Beinattacke zu kombinieren. Aber er entscheidet sich wieder in den Stand-Up überzugehen. Ja, das war vielleicht eine Spur zu, stürmisch in Ebon. Er kommt wieder weg. Aber bisher läuft eigentlich alles nach Plan für Ebon Mohamed. Also er ist für mich klar der Führende bis jetzt. Wenn es weiterläuft, dann... Hälfte der dritten Runde ist um. Ich glaube, Milan spürt er schon den Druck, noch was zu machen. Ja, er müsste jetzt eigentlich ein bisschen mehr Kamikaze machen. Ja, er muss riskieren. Wenn es sich jetzt nichts mehr ändert in den letzten 1 Minute 15, in diesen 570 Sekunden, dann... Ja, aber es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus, nein. Milan ist wirklich die Distanz zu halten, wieder aufzustehen. Aber die Frage ist, was jetzt? Wenn er so weitermacht, dann wird nicht viel mehr passieren. Er müsste jetzt aggressiv Doubles shooten. Ich glaube, ihm ist einfach das... Er fehlt das Konzept. Er weiß nicht, was er machen soll. Ja. Man sieht jetzt auch ein wenig, er tänzelt da viel hin und her, aber es kommt nichts. Er committet nicht wirklich. Er macht... Er fangt an und hört wieder auf. Und wenn Ebon loslegt, zieht er durch. Und das... Man merkt da schon, dass die Schläge langsam... Langsamer werden. Also die Energie ist auch schon draußen. Sind jetzt auch nur mehr knapp 30 Sekunden in dieser letzten Runde. Ja. Ich denke nicht, dass noch ein TKO von Milan kommt. Nochmal Einflussung eines Takedowns. Noch einmal. Ja, okay. Das wäre noch eine gute Chance. Jetzt wird im Moment einmal noch alles geben. Mit Schlägen durchhageln. Ja. Noch 10 Sekunden. Ebon mit trotzdem noch einen starken Schluß. Genau, ja. Er ringt wieder nach oben, hat einen Bodylock. Hier gibt es noch eine Chance auf einen Uchimata, aber... Ja. Das war es seitdem. Auch wenn das Ende jetzt nicht schlecht war von Milan, ich glaube trotzdem den restlichen Kampf über. Das hätte früher passieren müssen, das hätte schon in den ersten zwei Runden zeigen müssen. Dann hätte er vielleicht bessere Chancen gehabt. Ja, ein wenig überraschend. Genau, das war klar, muss man so sagen. Muss man so sagen, ja. Ich bin hier mit dem Gewinner. Ebon, wie ging es dir? Mir ging es super. Der war natürlich ein starker Gegner. Sehr starker Gegner mit sehr viel Ausdauer. Stark auf jeden Fall. Was kann man sagen? Hätte ich ganz nach Plan gemacht. Den Rennen ist ein bisschen böse, weil ich nie nach Plan gemacht habe. Aber ich hoffe, ich habe eine Show erliefert. Ich hoffe, euch gefreut. Die Show war auf jeden Fall gegeben. Man ist es von Teamkollegen von ihr gewohnt. Ground and Pound, Smash, Takedown. Wäre das der ursprüngliche Plan gewesen? Ja, natürlich. Fast gar nicht auf Stand, sondern nur auf Boden. Aber wie man sieht, ist Milan sehr stark am Boden. War es natürlich schwer für mich. Aber wir haben eine kleine Show geliefert, den Stand. Zwei Grappler. War schön. Die Show war eindeutig gegeben. Gratuliere dir. Vielen Dank für diesen Kampf. Die Wette nicht vergessen. Ich bin kein Freund. Das war ein zweites Interview auch. Milan Hanna. Milan, dein erster MMA-Kampf. Was sagst du? Erste Impression. Absolut geiles Gefühl. Kann man nichts sagen. Ebon ist eine fucking Maschine. Nächstes Mal wird die Ente nicht an Land gezogen, sondern die wird schwimmen bleiben. Und da zerstöre ich auch die Landtiere. Was ich mich gefragt habe. Du hast eindeutig deine Stärken im BJJ. Und bist da auch, was Wettkämpfe angeht, affiner als im Stand. War das bewusster im Test an dich selbst, dass du im Stand bleiben wolltest? Ja, also ich habe schon die Option mit dem Hinterkopf gehalten, dass ich auch Take-Downs shooten kann oder so. Aber es fand sich eigentlich gut angefühlt. Und es war irgendwie intuitiv das Richtige. Und ich habe gesehen, am Boden, dass ich meine Sweeps weiterüben muss. Das Aufstehen geht schon. Aber das Sweepen wäre noch labernd. Aber ja, Stand hat sich gut angefühlt. Wären die Low-Kicks festig gewesen, wäre sicher was dabei gewesen. Die Jungs haben sich eindeutig eine Schlacht geliefert. Riesenapplaus an beide Athleten.